Februar 2020. Die Zeit vor der Pandemie und den eingeschränkten Möglichkeiten. Nachdem der Burgharzdorfer Karnevalsausschuss seine Samstagabendfeierlichkeiten in der Euroform-Arena unters Motto Fokuhila Sonnenschein der BCA Late zum Feiern eingestellt hatte, wurde am Sonntag die Arena für die jüngsten Karnevalisten zur Showbühne. Wie in all den Jahren zuvor wurde die Veranstaltung wieder bestens vom Publikum angenommen. Traditionell eröffnete die Konfetti-Kanone den offiziellen Teil und machte den Weg frei für den Einmarsch der bunten Truppe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017